Wir machen heute was für den unteren Rücken. Du brauchst nur dich selbst, eine Wand und es sind genau drei Übungen. Wir legen direkt jetzt gleich los. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, das war es auch schon wieder. Danke fürs Mitmachen. Empfehle gerne den Kanal weiter und falls du Fragen oder Anregungen oder Wünsche zu irgendwelchen Schmerzen hast, gerne ab damit in die Kommentare.